Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Starwing. Ja, ihr seht unsere letzte Anlaufstelle. Unglaublich. Das ging ja recht schnell. Venom, oder englisch Venom. Das Ziel. Andros hält sich auf Venom versteckt. Finde und zerstöre sein Hauptquartier. Fox. Eindeutig zu langsam. Eindeutig. Aber ja, Venom hat eine Besonderheit. Und zwar gibt es hier zwei Abschnitte, damit wir das hier beendet haben. Also, freut euch nicht zu früh. Wobei, wenn ihr euch freut, wenn es zu Ende ist, dann ist es nicht gut für mich. Egal. Etwas falsch ausgedrückt. Aber er kennt das Sprichwort her. So. Es geht jedenfalls hier noch weiter. Ach ja, richtig. Hier kommen tausend Milliarden von diesen Dreiecken. Und ja, ich neige dazu, tausend Milliarden zu sagen. Und nicht eine Billion. Na komm. Äh, was bist du? Ein Teller, der irgendwie in Weinglässern zerspringt. So hab ich das immer assoziiert. Und was bist du? Ein unsterbliches Vieh. Okay. Nett. Zunächst kurzzeitig. Hallo, geh drauf. Danke. Und was ist das? Der Pilot. Keine Ahnung. Könnte sein. Mit unserem Superlaser bomben wir ja alles weg. Ich hoffe, den werde ich wirklich behalten. Das wäre nämlich echt übel, wenn nicht. Huch. Was bringt das? Ich weiß es nicht. Mova-Bombe. Ja, wir haben ja nicht genug. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Willst du bitte drauf gehen auch nicht? Danke. Du auch. Huch. Ja, wir haben auch nicht den Blaster oder so. Nein. Das war auch der Grund, warum es uns jetzt nichts gegeben hat. Weil wir halt das Maximum haben. Ach, da hinten ist ein Verbündeter. Ja, toll. Ja, ganz viele von diesen. Ich glaub, die ziehen mir auch extrem viel ab, wenn die mich reinfliegen. Ja, das dürfte schon reichen, um mich komplett gesund zu machen. Oder komplett zu reparieren in diesem Fall. Das ist wohl die bessere Wortwahl. Na komm. Aber bis jetzt sehr einfach. Es ist halt nur überall gucken, wo ist irgendwas und draufkloppen. Oh, ab du Mistkerl. Ja, er hat hier schon ein paar Probleme in Sachen Schild. Dann helfen wir mal. Na komm. Ja. Gehst du drauf. Genauso bist du und ihr alle. Oh Gott, schlimm. Ja, du auch. Schön. Ich glaub, dann werd ich diesen Part in zwei Teile splitten. Ähm, oder ich glaube, es geht direkt im Anschluss weiter. Deswegen, wenn ich den nämlich besiegt habe hier, ist es mal nicht so, ey, ist ja nicht zu fassen, dass es direkt mit der zweiten Strecke weitergeht. Aber ich werde ja nur eine einzige Strecke machen pro Part. Ja, deswegen werd ich hier wohl dann den Part unterbrechen. Und ja, er sieht richtig, ähm... Aua. Ja, er sieht richtig, wurde von einer Rakete getroffen und er hat sich geteilt. Kein Problem. Wir haben noch ziemlich viele Leben. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob es fließender Übergang ist oder nicht. Ja, sehen alle noch recht okay aus. Öh. Ja, nicht schlecht. Ähm, ich glaube, das beginnt jetzt direkt so. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ich werd's jetzt ganz kurz kacken. Ja, also, bis zum nächsten Mal.